Hallo und herzlich willkommen auf VoiceOver Cars, mal ein ganz ganz anderes Video, denn dank dem geschätzten Kollegen Jan Gleitzmann von AusfahrtTV konnte ich mal wieder einen Verbrenner fahren und zwar auf Langstrecke. Habe ich lange nicht gemacht, wollte ich aber unbedingt machen, denn ich dachte, Mensch, der Mazda CX-5, der gefällt mir optisch richtig gut. Ja, es ist ein SUV, gar keine Frage, aber ich werde ja auch älter und ich wollte einfach mal wissen, diese ganzen Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe mit Elektrofahrzeugen, kann ich die eigentlich auch umsetzen mit dem klassischen Verbrenner, also einem Diesel und kann den auch sparsam fahren. Werfen wir mal gemeinsam einen Blick auf die technischen Daten, damit ihr auch wisst, was ich hier gerade fahre. Ich habe einen Mazda CX-5 Skyactiv-D, 150 FWD, also Frontwheel Drive, New Ground und da steht hier noch das Kennzeichen, das brauchen wir natürlich nicht. Also wir haben einen vorne quer eingebauten Viertakt-Dieselmotor, Zylinderkopf und Motorblock aus Aluminiumlegierung. Ja, sowas aber auch, zweistufige Turboaufladung, Ladeluftkühlung, Ausgleichwelleneinheit, E-Stop, Motorstart und Stopp-System. So sieht es aus, Vierzylinder in Reihe, 2200 Kubikmeter, genau 2191 Kubikmeter, Mazda nennt das ja Ridesizing und nicht Downsizing. Und 110 kW Leistung, also 150 PS bei 4500 Umdrehungen, 380 Newtonmeter liegen hier an. Naja, das Plateau ist relativ klein, zwischen 1800 und 2600 Umdrehungen in der Minute. Wir haben das Skyactiv-M 6-Gang-Getriebe, über das reden wir gleich noch, wie gesagt Frontantrieb. Und das Fahrzeug ist 4,57 Meter lang, 1,84 Meter bzw. 1,85 Meter breit ohne Außenspiegel, 1,68 Meter bzw. 1,69 Meter hoch und hat einen Radstand von 2,70 Meter. Wir haben ein Wendekreismesser von 12 Metern und ein Leergewicht von 1.666 Kilogramm inklusive 75 Kilogramm Zuladung für mich, nämlich für den Fahrer. Und damit kommen wir hier zu einem zulässigen Gesamtgewicht von 2.143 Kilogramm maximal. Nach Adam Riese und Elfhard Zwerg haben wir eine Zuladung von 551 Kilogramm. 510 Liter groß ist das Kofferraumvolumen, haben wir auch einen schönen doppelten Boden, da passt dann auch noch ein Reserverad drunter oder ein Tayakit, könnt ihr euch aussuchen. 56 Liter Tankinhalt, gedieselt wird hier natürlich, gedankt wird hier natürlich der gute Diesel. Und jetzt kommen wir zu den WLTP Kraftstoffverbrauchen. Kombiniert, sagt Mazda, 5,6 Liter, Kurzstrecke niedrig 6,2 Liter, Stadtrand mittelt 5,3 Liter, Landstraße hoch 4,7 Liter, Autobahnhöchstwert 6,3 Liter, CO2-Emissionen kombiniert 147 Gramm pro Kilometer. Jetzt nochmal ein paar Autokartettwerte ganz schnell, 9,9 Sekunden geht es auf 100 und die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 204 kmh. Kosten tut dieses Fahrzeug mit einer wirklich sehr, sehr guten Ausstattung. Muss ich wirklich sagen, ich habe hier alles drin, was ich brauche, 42.050 Euro. Dazu kommt noch die Lackierung, das nennt sich jetzt Zirkeln Sand und dann bin ich bei 42.800 Euro. Das ist natürlich eine Menge Holz, gar keine Frage, aber ich habe hier wirklich, ich lese mal nur mal ein paar Sachen vor, neben den ganzen Sicherheitsfischers wie ABS und so weiter. Ich habe ein Advanced Head-Up Display, ich habe eine elektronische Parkbremse, ich habe Voll-LED-Scheinwerfer mit Scheinwerfer, Reinigungsanlage, ich habe LED-Nebelscheinwerfer, ich habe einen Fernlichtassistent, ich habe ISO-Fix-Halterung natürlich, aber ich habe vor allem auch ein Dreispeichen-Sportlinkrad hier, ich habe das große Display hier in der Mitte mit Apple CarPlay und Co., das ist 10,25 Zoll groß übrigens. Ich habe DAB Plus natürlich, ich habe das Mazda-Navigationssystem und ich habe sechs Jahre Neuwagen-Garantie, maximal bis zu 150.000 Kilometer, sowie unbegrenzte Mobilitätsgarantie gemäß den Mazda-Garantiebestimmungen. So, gibt es noch irgendwas, was ich hier vergessen habe? Nein. Und jetzt erzähle ich euch mal die Sachen, die mir jetzt auf meinen letzten 977 Kilometer Teststrecke aufgefallen sind. Ich hatte einen Durchschnittsverbrauch von sechs Liter und war dabei zugegeben, häufig, war ein bisschen flotter tatsächlich auch unterwegs. Ich habe es geschafft, dieses Fahrzeug zu fahren mit Apple CarPlay, 5,2 Liter kombiniert und habe danach nochmal ein bisschen Gas gegeben und jetzt komme ich über meinen kompletten Testzeitraum auf 6,0 Liter. Kann sich definitiv sehen lassen. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben ja einen 2,2 Liter Dieselmotor unter der Haube. Und der macht eine Menge Spaß, gar keine Frage. Ich habe vor allem Spaß gehabt, weil dieses manuelle Sechsganggetriebe kurze, knackige Schaltwege hat. Ich hatte richtig Fahrspaß hier drin in diesem SUV. Da wird also das SUV, also Sport Utility Vehicle, da wird das S nochmal so richtig unterstrichen. Muss ich wirklich sagen, man mag es kaum glauben, aber ich hatte wirklich Spaß. Und da muss der nicht richtig schnell auf 100 gehen, nein, sondern er muss sich einfach richtig gut fahren lassen. Kraftanschlüsse passen. Die Lenkung ist direkt. Bremsen verfügen über einen angenehmen Druckpunkt. Ich hatte nie das Problem, irgendwie hier das Fahrzeug nicht zu manövrieren zu können. Jetzt muss ich sagen, ich habe eine tolle Tachoeinheit direkt vor meinen Augen. Ich habe aber die ganze Zeit auf das Head-Up-Display geguckt. Muss ich den Blick nicht so weit absenken von der Straße. Und ich konnte wirklich hier alles, was ich bedienen muss, am Lenkrad bedienen. Und das finde ich natürlich auch großartig. Noch großartiger finde ich, pass mal auf, die haben ja sich einfach gedacht, hast du für diese Klimaanlage hier, vernünftige Tasten. Kleiner Kritikpunkt. Ja, ich habe hier auf der rechten Seite dem Beifahrer zugewandt Lautstärke-Drehknopf. Ja, und natürlich auch mein Joy-Shuggle hier zum Durchschalten von Apple CarPlay und Co. Apple CarPlay funktioniert im Stand per Touch, während der Fahrt nicht. Hat einen guten Grund. Einen guten Grund hat das. Denn eigentlich, wenn wir das hier wirklich alles ganz ernst nehmen würden, dürftet ihr das Touch-Display während der Fahrt gar nicht nutzen. Tja, Paragraf 21 Straßenzulassungsordnung. Müsst ihr euch mal durchlesen. Da steht nämlich unter anderem auch geschrieben, dass ihr den Blick zur Fahraufgabe ganz kurz dahin wenden dürft. Aber eigentlich dürft ihr das auch nicht bedienen. Ja, und dementsprechend könnt ihr das entweder über die Sprachbedienung machen oder halt hier über diese Fernbedienung quasi hier. Und dann müsst ihr euch da durchmanöver. Aber idealerweise macht ihr das sowieso. Das Einstellen vom Ziel oder was. Macht ihr alles einfach am Stand. Und dann könnt ihr hier einfach ein Lied weiterskippen. Da braucht ihr gar nicht dahin gucken. Das macht ihr einfach irgendwann mal intuitiv. Und intuitiv ist dieses Fahrzeug. Und jetzt kommen wir zum Punkt, wo ich sage, wow, das hatte ich schon lange nicht mehr. In die Türtaschen passen 1,5 Liter Flaschen. Gut, jetzt gibt es wahrscheinlich die wenigsten, die sagen, das brauche ich. Aber dann wisst ihr auch, kleinere Flaschen passen da auch rein. Dazu habe ich hier nochmal zwei Getränkehalter. Ja, die sind auch vorhanden. Ich habe hier ein Skiladepad. Ich habe hier nochmal einen 12-Volt-Anschluss da vorne. Kleiner Kritikpunkt meinerseits. Die USB-Anschlüsse, die sind unter der Armlehne verbracht. Da habe ich zwar Kabeldurchführung, aber dann braucht man schon ein relativ langes Kabel, wenn man das Handy dann doch in die Scheibe klemmen möchte. Ja, kleiner Kritikpunkt. Positiv, Gurt-Höhenverstellung, dreistufige Sitzheizung. Finde ich großartig, liebe ich. Gibt es gar nicht zu meckern. Die Sitze sind richtig bequem, auch auf der Langstrecke. Könnte ich auch gut einstellen. Fahrer sitzt elektrisch hier einstellbar, Beifahrer nicht. Beifahrer regt sich da ein bisschen auf. Der Fahrer, der ist natürlich hier ganz entspannt. Der kann ja hier schön machen, was er will. Griff, Haltegriff. Falls ich selber mal Angst kriegen sollte vor meiner eigenen Fahrweise, kann ich mich hier festhalten. Ich mache einen Scherz. Ist natürlich auch gut zum Ein- und Aussteigen. Das sage ich euch ganz ehrlich. Gerade bei den SUVs, da packe ich da auch schon mal. Gibt es ja jetzt zu, man wird ja nicht jünger. Aber ansonsten ist der Mazda CX-5 wirklich ein tolles Auto. Und ich warte eigentlich darauf, dass Mazda solche Fahrzeuge auch vielleicht früher oder später mal rein elektrisch auf den Markt bringt. Damit ich die auch bei Electric Drive spielen kann. Denn ganz ehrlich, solche Mazda, ich mag Mazda. Ich mag den MX-5. Auf Auswahl-TV gibt es diesen tollen Roadtrip, wie wir mit dem MX-5 offen vom Bilster Berg über die Berge, über den Skilfster-Joch nach Rom gefahren sind. Könnt ihr euch angucken. Ich mag die Verarbeitungsqualität von Mazda. Die haben vom Design her sich richtig was richtig gemacht in den letzten Jahren. Mazda 3, Mazda 6 finde ich alle gut. Und auch den CX-5. Ich kann es nicht anders sagen. Ich bin extremst positiv angetan. Für diejenigen, die sich immer die Frage stellen, Mensch, wie kriege ich eigentlich den Tankdeckel auf? Tankdeckel ist übrigens hinten links. Da muss man tatsächlich da unten im Fußboden. Da muss man einmal den Hebel ziehen. Ja, ist doof. Wenn man erstmal ausgestiegen ist und dann steht man da und dann muss man wieder einsteigen bzw. die Tür öffnen oder ziehen, aber beim zweiten Mal habt ihr es raus. Wenn es euer Wagen ist sowieso, Umsteiger oder Testwagen, Quatsch hier, Mietwagenfahrer, ja, die googeln dann häufig auch mal, weil sie den Schalter einfach nicht finden. Wobei noch schlimmer war das damals bei den Audi-Modellen, wo dann in den Türtaschen das verdeckt wurde von den Flaschen. Da muss es nämlich wirklich gucken. Aber wie gesagt, da ist da unten, da ist der Schalter. Ihr könnt dann auch nochmal die Heckklappe hier per Schalter öffnen. Da gibt es tausend Mittel und Wege. Fun Fact, kleiner Blick unter die Motorhaube. Da seht ihr jetzt mal den 2,2 Liter Dieselmotor. Ich frage mich wirklich, wie es ein scheinbar Marder geschafft hat, in dem engen Bauraum, da sich irgendwie noch den Weg zur Abdeckung zu finden. Ich persönlich beneide keinen Kfz-Mechaniker mehr oder Mechatroniker mehr, der daran arbeiten muss. Es ist doch alles ganz schön eng und ganz schön vollgepackt heutzutage. Gut, das war es aber. Das war mein kurzes Video zum Mazda CX-5. Wie gesagt, gefahren auf 977 Kilometer Strecke, 6 Liter Durchschnittsverbrauch. Ich bin wirklich positiv angetan. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass man den Verbrauch, ich sag mal so äckert, im Hyper-Miling oder so. 5 Liter gehen. Ohne Probleme. Im Hyper-Miling sowieso. Bei normaler Fahrweise 6 Liter. Gar kein Problem. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, 6 Liter, Mensch Jens, Liter Diesel ist ja gerade auch nicht ganz so günstig. Kostet ja was, weiß ich was, 1,75 oder was. Lohnt sich das eigentlich noch? Ich sag mal ganz vorsichtig, bei den steigenden Strompreisen sind 6 Liter Dieselverbrauch immer noch günstiger, als wenn du dein Elektroauto im öffentlichen Straßenpaket liest. Das wollen die von den Elektrofahrerblasen nicht hören, ja. Aber wenn du so ein Auto mit 6 Liter fährst, bist du aktuell immer noch günstiger, als wenn du dein Elektroauto auf der Autobahn an diesen teureren Schnellladesollen lädst. Ist so. Müssen wir nicht drüber reden. Wenn du 20 Kilowattstunden verbrauchst, auf der Autobahn ist das ein Wert, den kann man durchaus mal so annehmen, dann lädst du da für 69 Cent oder wenn du Pech hast für 99 Cent, ja, dann bist du hier mit dem Diesel einfach günstiger. Muss halt jeder für sich selber entscheiden. Es gibt momentan da draußen auf dem Markt für jeden das richtige Auto, es gibt für jeden das richtige Antriebskonzept und jeder sollte doch idealerweise für sich selber entscheiden. Mensch, welches Auto passt zu mir? Wir persönlich haben in der Familie immer noch den Diesel für die Langstrecken. Ich persönlich könnte mir auch sehr gut vorstellen, für die Kurzstrecken ein Elektroauto zu nehmen. Mir persönlich sind die alle aktuell noch zu teuer. Ja, und dementsprechend, wenn ihr mich fragt, welches Auto würde ich jetzt heute kaufen, ich würde bei Elektrofahrzeugen tatsächlich aufs Leasen gehen und dann nochmal in zwei Jahren gucken, wie sich das alles entwickelt hat. Und ansonsten ziehen momentan Benziner tatsächlich an, weil die alle Angst haben vor den steigenden Dieselpreisen, wobei auch Benzin relativ teuer geworden ist. Wenn ihr viel Langstrecke fahrt, kommt ihr momentan meiner Meinung nach am Diesel nicht vorbei. Gut, das soll es gewesen sein. Das war VoiceOver Cars, das war der Mazda CX-5 Skyactiv-D. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, ab damit in die Kommentare, lasst uns gerne gemeinsam diskutieren. Denn VoiceOver Cars ist und bleibt keine Einbahnstraße. Ich sage das nicht nur so, nee, ich meine das wirklich so. Und dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, liebe Grüße, hier aus meinem Mazda CX-5, euer Jens. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020